ok dann komm her wie voll bist du vom leben her weil guck immer dass dein essen voll ist dann hast du nämlich volles leben ich regeneriere gerade also mehr als das habe ich auch nicht was ich gegeben habe und deswegen müssen wir jetzt mal du hast mir zwei stücke geben ok ich habe auch beide gefressen damit mein ding voll ist hier erstmal nicht mehr sprinten wirklich wie wärs oder hätten ist was denn das hat oh ja ich spritte trotzdem weil du ein lappen bist du bist der erste der hier verhungert alter noch ein kleid in den anderen leiter und die maske habe ich mir jetzt gesnackt weißt du schon ok kann ich mich alles mal aufheben ich mach mal kurz ein päckchen weg noch scheiß auf bäckchen alter ich wurde es ist ja das ist mega wertvoll den gleiter will ich nicht haben verkaufe ich danach das sieht ein cooler aus der helm oder hier die die boba fett maske alter scheiße sorry hast nicht getroffen was willst du davon haben aber du hast hier einen kumpel zu uns geholt willst du den hut oder die maske gibt mir die maske alter wenn ich dich jetzt abgeballert hätte wie sehe ich aus scheiße du hast du nicht auf nicht ok bei mir steht sie aber equipt an merkwürdig na gut dann ich glaube wir müssen hier weg weil du den flair geworfen hast alter hier ist was ja ja das war auf den dächern lang da gibt es massig runtergefallen einer mega geil eine brattfahre ich habe das gebe ich mir jetzt das gebe ich mir erst dass er mal das zeug guck mich mal an was bei mir immer noch die knarre irgendwie spinnt grad total ne ne ich habe die die knarre aber vom körper vom körper gegen her müsste ich eine maske aufhaben eben nicht okay weil ich kann die ich doch mal die hier ich habe nämlich eine andere ich habe also die head hat der maske habe ich da habe ich goggel ab gut dann würde ich sagen er lasst uns zum train yard aus posten gehen ok das ist aber durch gebäude wegen gut machen fressen ok dann gehen wir da hinten lang hier ist ein scope und ein large backpack ich bin beim nächsten haus schon noch ein scope hier ist ein eingang ja was ist das pistol frame ich glaube pistol frame habe ich aufgehoben du bist in dem großen haus jetzt du müsstest meinen namen auf der karte sehen lass mal hoch und dann mit dem kleider runter hier ist ähm loot muss halt daneben stehen war rifle frames ein woodblock ja geil kann man das haus bauen kurz ähm ich hab magnum barrel hab ich wir müssen irgendwann mal gucken dass wir gucken ob wir irgendwann mal gucken dass wir gucken dass wir die sachen zusammen kleben shotgun frame und pistol frame ok ja ein pistol frame ist das wichtig also beide frames aber ja komm ja ja habe ich aber schon noch ein mass eigentlich wie viele wie viele frames habe ich geil das fressen oh ja hier habe ich auch vor allen dingen bottled water das bringt am meisten ich habe salz das kannst du total gut verkaufen und ein woodblock alter cash extra large 30 ja wo bist du bist du wieder raus ach hier oben bist du ok ich gehe noch eine etage weiter ah ich habe camp food ja ich habe ich habe essen ich überlege gerade ob ich die granaten einfach alle wegwerfen weil die mir nichts bringen äh muss nicht sein behalten die mal lieber nach ja ich muss irgendwas wegwerfen hm shovel komm shovel können wir droppen ich habe voll die guten sachen wieso wieso mache ich die nicht auf meine quickslots hab ich noch pillen gehabt ähm hier oben ist noch stuff ich mache das hier so hin und zwar ich habe jetzt salz dabei weiß aber nicht wie ich damit anfangen kann dann kannst du verkaufen sold for money ja gut alter ich habe eine richtig dicke barrel gefunden ja richtig dicke waffe bist du ganz oben hm gut ich auch ich wäre bereit mit dem kleider runter zu springen stehst schon am abgrund deines lebens ne ist kein bock mehr hier wie ging das du hast gesprungen und hast dann du musst auf die taste drauf auf der taste drauf bleiben wenn ich teste mal kurz drück mal auf die taste und dann springst du einfach mal los springst du einfach und werbst die taste drauf ok dann go du kannst ja auch ja gut lebst du noch ja schade komm dann schieße ich dich da runter ja kann man auch ja wir sind direkt vorm vorm Auto man kann das auch navigieren ey geil wollen wir hier dann aufhören erstmal na ja safe zone das sind für mich glaube ich sogar zwei folgen ich meine wir haben ja jetzt wieder eine Weile gemacht eigentlich lustig deine Freundin ist ganz schön still gewesen immer noch bei ok ich habe nichts verstanden aber ok 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 ich habe aber auch kaum was verstanden ah hier ist order ja gut ich kann überhaupt nicht ah doch 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 pillen ja wow was gibt es hier schöne ähm ähm gauge barrel wieder brauch ich aber nicht scroll runter du kannst da alles umtauschen ähm das da ist glaube ich praktisch ja das hier ist praktisch ja ja wo ist das voll einfach einmal einmal durch dann tauscht du alles ein was geht oh jawoll junge level 15 alter das bin ich elf ich kann auch eine pistol machen ja das mache ich dann eigentlich mal hier ja ich kann zwei pistl alter ich kann eine waffe machen yeah craft ich glaube ich habe die eine waffe die ich habe zweimal jetzt ja guck mal her wo ist das ah hier kubi ja waffe für dich ich habe genug waffen also behalte die echt ruhig ich habe eine schusswaffe für dich deswegen ne ne mg halt ich habe die die lopez 75 also ich habe auch ein mg so ist es nicht du brauchst mir eigentlich wirklich nichts zu geben behalte ruhig mal äh wo kann man verkaufen na hier salz sell ja friss 50 geld leider flashlight ich habe die scheiße halt gerne verkaufen ne ich guck mal kurz ähm wie viel die schlüssel wert waren sind na na alter wenn wir diese hardburner waffe finden ne 2505 schlüssel auch geht aber muss ich eigentlich sagen wenn du guckst was da für loot drin ist ja loot kannst du ja auch verkaufen ja dann farmst du halt mal einen tag money äh äh geld meine ich und dann hast du das auch drin kann ich granaten nicht verkaufen kann du never zeugs verkaufen ne brauchst du noch äh 50 kaliber ammo 50 äh ja ne orange ne ich muss noch kurz was checken äh wie heißt denn welche farbe hatten die orange magnum ammo oh boah doch die brauch ich glaube ich mal fünf ich hab so viel ammo alter es geht gar nicht ja gut okay jetzt habe ich eine andere pistole die die mehr money hat ja level 12 yeah level 13 60 minuten survival bonus awarded nice ja haben wir jetzt 60 minuten aufgenommen ja können gut noch 30 minuten hinterher hängen ne lass mal aufhören ach komm komm noch 30 minuten ähm lass mal tony ab ach regt sich deine freunde schon auf? ne das nicht aber ich denk mal ihr ist langweilig was? warum? versteh ich jetzt nicht schau mal die ganzen waffenteile aus dem global inventory und guck was ich zusammen basteln kann ne wie meinste? ja ich hab nämlich mega 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 viele global inventory da war da nix drin lap hm? lap hast du noch schlüssel oder hast du jetzt alle aufgebaut? einen hab ich noch ok also ich hab so billig zeug dass ich das nicht verticken kann so ne flashlight oder sowas zweimal die kannst du nicht verkaufen ja geil ich kann noch so nen revolver bauen ich hab jetzt noch ne pistole ne revolver und zweimal die primäre waffe ja revolver kann ich auch zweimal machen ja ich hab ich hab zwei stück ich glaub ich verkauf die ich verkauf die ähm oder soll ich die lieber behalten? nicht verkauf sie komm sell was? meine zweite ich hab eine waffe zweimal ne behalte die waffen ne behalte die waffen ja weißt du wenn ich verreike dann verliere ich beide dann will ich lieber das geld machen ja dann tu sie doch ins global inventory da kannst du dann benutzen wenn du wieder lebst global inventory können alle zugreifen nein doch nein nein ich hab vom global inventory Sachen rausgenommen ja dann greif doch mal auf meins zu jetzt was hast du reingemacht beim global inventory total viel mein ganzes stuff hä? warum waren bei mir dann da Schlüssel drin? weil die bei mir auch drin sind das ist äh durch ein update dazugekommen weil die kisten die die da gemacht haben für die Schlüssel die sind halt neu und da haben die dir gleich welche gegeben ach so okay ernsthaft aha ja gut doch baller ich da alle meine objekte einfach rein ja pfff ich dachte aber das Inventar ist immer nur so ein mafucker hier wie kann ich nur ein Teil äh reinlegen? ne leider nicht deswegen hab ich dich ja gefragt wie man was bitten kann das ist halt scheiße ich weiß gar nicht ob das überhaupt schon geht warte mal ich nehm mal die hier wieder auf reloaden geht nicht hm komisch ich nehm mal kurz den ganzen monster stuff aus meinem Inventar und gucke was ich mir da mal passen kann ich überleg grad was das deckt sich dann eben auch nicht das ist die scheiße wollte ich mal vorwarnen mach mir gar nix die Ammo für Magnum das wär die hier warte dann schmeiß ich das mal einfach da rein ne warte ok so schmeiß ich die Waffe da einfach mal rein die hier ist Rifle Ammo ist dann womöglich mal 7 mal zugreifen Seife Alter was will ich mit Seife 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 ja und dann klebe ich da all mein Never Zeugs immer rein also dass ich gedroppt hab und Objekte ja mach ich ja auch ne kann ich ja ruhig öfter verrecken ist ja egal so Pillen hauen wir mal rein scheiße dass der dass das Inventar nicht einfach irgendwie sortiert Alter ich werd mir gleich so viel herstellen können ne ja aber gut ich dachte das Global Inventar wär halt für global alle halt ja aber echt ja ich hab extra noch gedacht weißt du wenn dann halt irgendwie andere Leute da äh was reingelegt hätten ne dann wärs ja logisch gewesen dass das da drin ist ähm ja gut dann ich dann ich ich kaufe mir dann Sachen im voraus ne ja dann kauf ich mir schon mal fünf Packungen Chips oder sowas so ja komm wir gucken was ich mir alles craften kann ja klar komm ey zack Chips rein damit dann kauf ich mir jetzt noch für mein Inventar kauf ich mir noch mal Chips ach ich bräuchte doch Ammo alter was ist denn das keine Ahnung was ich mir da herstellen kann was wie ein Computer alter ich wär noch für irgendwie eine halbe Stunde ein Computer wo bistn du ne konnte ich mir herstellen meinst du diesen ähm ey du schießt doch neben mir was willst du da was herstellen ich hab vorgelatscht zu dem tapen warte ich nehme noch kurz ein bisschen was ausnehmen aus dem inventar das ist wahrscheinlich dieser computer oder wie ja ja sony repulsor ok wenn du irgendwann mal diese nagel pistole machen kannst du es beste waffe ok so geil ich bin ja schon wieder level 15 15 warst du nicht gerade 16 aber ich hatte nichts was weiß ich das ist das für eine waffe so eine epic axt und sowas epic schwert und sonst sonst da wo wenn du ganz runter scrollst beim order muss ich mir angucken ich suche mal ein paar packages dich mitnehmen ah hier alter sieht das geil aus ja nicht schlecht auf jeden fall gut warte ich muss noch den ganzen shit wieder ins global inventory tun sonst weißt du weißt du eigentlich eigentlich muss man die dinger nicht aufnehmen um zu wissen was von wo das ist bist du das vor mir irgend so ein mongo ist vor mir das steht da drinnen also ich hätte jetzt zwei päckchen für den green trader in tower outpost ja ich hätte so bock weißt du der eine da der der rent grad vor mir rum einfach so mal hier aus ist außer selbst und raus und die weg wenn die weg ballern da kommt auch gerade einer rein in dem katana na schon geil dass ich den spieler folgen auf geschossen aber dann ja fühlst du dich voll gut ne ja ich fühl mich ziemlich meinte dadurch ich bin nicht protected ich kann da nicht rausgehen und dann sagen ja komm ich schließe die ab dann ist der noch protected ist ja mega peinlich ja ich schnüppel das hier einfach alles zurecht also hier äh wird halt je nachdem ne längere oder ne kürzere folge also nächstes mal nehm ich dann auch auf jeden fall mit auf mhm dann ist mein global inventory einfach fast voll ja? ja ähm high rise post wo müsste ich denn hin wo müsste ich denn hin wo müsste ich denn hin tower warte mal du hast doch gesagt du kannst mir ne lopez geben gell ja kann ich auch mach mal bitte ich hab sauvier muni dafür ich hab sieben dafür sieben muni dafür ja aber nicht wenn der ein hinter steht komm mit keinen bock dass der die waffe nicht kriegt ja ne dann ohne mit zwölfchen über den haufen schießen wenn er draußen ist kann sich auch noch ausloggen alter chill ja ne ist sie weit weg reicht schnell auf als zu deck bei bei okay warte wie viel muni kann ich die beladen 28 hä 28 glaube ich ja ja aber ich habe 45 grad dabei mhm das ist geil ja gut leute dann würde ich sagen dass wir hier noch ein wenig vielleicht offscreen ein wenig farmen damit wir als nächstes mal was geilere scheiße bauen können ja wobei wir ich muss sagen wir sind echt eigentlich ziemlich gut equipt ja eben dann können wir eben geile scheiße bauen was ist nicht schlecht auf jeden fall ich würde halt jetzt einfach weiterlaufen weißt du einfach sagen ich habe jetzt ich habe jetzt zwei päckchen mit denen würde ich jetzt eiskalt hier zum tower outpost laufen auch wenn er jetzt noch acht minuten an der attack ist mhm klar wärst du dabei ja lass da halt noch ein bisschen rum ballern ähm dann würde ich noch ein päckchen suchen äh müssen wir ein päckchen mit äh suchen dass t y o t t o ist high rise outpost ist hier weil diese die abkürzungen die da drauf sind die sind halt immer die sagen halt an wo es hingehört high rise alter t t o ok hier sind zwei stück für t t o mhm warte 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 mal ich habe hier noch eins ok ich habe drei päckchen für tower trading outpost und hier liegt noch eins wenn du willst hier liegen noch noch päckchen für den high rise outpost da könnten wir auch hinlaufen hätten wir jetzt sieben päckchen abzugeben oder warte mal warte mal warte mal warte mal high rise trading outpost high rise trading outpost äh der outpost äh dann gibt es da hinten ein das wären hier ein high rise outpost päckchen und hier noch ein high rise outpost päckchen ja gut dann lass zum high rise äh zum high rise ding gehen kannst du dann kannst du ein kaugummi abgeben kaugummi ja aber nur wenn es fünf stück sind ah fuck warte jetzt habe ich munition weg an die brauche ich natürlich ja weil hier liegen mehr päckchen für den high rise outpost ja weil hier liegen mehr päckchen für den high rise outpost war da schon dann ja dann lass aber auf der brücke lang laufen die gerade durch geht wir sind am schnellsten da meinst du die die horizontale brücke ja ja die würde ich auch nehmen gut und dann biegen wir halt auf dieser dicken braunen auf dem dicken braunen kackstreifen biegen wir dann runter der dicke braune kackstreifen ist eine brücke die oben drüber ist ich würde da auch gern drauf gehen aber das habe ich letztes mal nicht geschafft ah ok also hier liegt doch irgendwo ein päckchen hier liegt ein päckchen für high rise trading outpost hier nimm das einfach dann mit und dann die welche abkürzung hat die drei hier sind also wir haben wir haben eigentlich vier päckchen für den high rise und vier päckchen für den anderen ja high rise trading outpost da ist der der andere tto ja also wir haben ach scheiße hier dich auch noch ah fuck ich hab jetzt nicht mit den order getradet hast du nicht ne fuck oh ich hab so viel stuff dabei ne das hol ich jetzt nicht normales egal mach ich beim nächsten mal ich muss erstmal was fressen hä wo ist denn das in der ecke weil ich überleg grad ähm hin und her weißt du wenn wir jetzt noch einen äh finden für für tower trading outpost äh ich hab jetzt ich hab jetzt äh vier stücke gesehen für den ähm für den tower hier liegen jetzt noch mehr päckchen high rise trading outpost aber der ist ich glaub der high rise ist praktischer high rise tower trading ja oder wir gehen zum tower trading also ich glaub wir haben ein päckchen mehr für den tower trading und der ist näher dran ja ok ja dann nehmen wir den tower trading ok ach der ist under attack ja da können wir ja noch warten ja bis wir dahin sind bis wir da sind ne er ist auch 0% under attack sprich da wird sich nichts ändern ja der ist aber in paar minuten fertig dann müssen wir den clear ja und dann gehen wir zum high rise outpost oder ja komm du da warst du noch nicht entgegen ja wo noch welche was wo liegen dafür welche leu jetzt kann ich noch jetzt kann ich kein päckchen mehr aufnehmen ist ja scheiße ich hatte vorher drei päckchen jetzt sinds nur noch zwei oh man kackspiel kackspiel sammeln die scheiße ein mal drop ja gut das ist auch egal ich kann vorher drei päckchen haben jetzt hab ich nur noch eins oh man äh zwei schade also gut ich bin für den high rise outpost aber wenn du zum tower trading willst dann geht das auch du läufst übrigens in die falsche richtung achso du holst die päckchen ja ich hab nur keins für high rise warte ich muss erstmal kurz hier gucken hier liegt hier liegt drüben müsste eins liegen und hier liegen zwei wo liegen zwei ich hab hier zwei stück oder? hab ich zwei stück? ja wenn du sagst hier hilft mir das relativ wenig an der seite warte drinnen ja da oben siehst du mich? ich bunnyhoppe gerade warte mal ich hab kaum was zu essen ja kauf dir halt nochmal was ich hab nur ne wasserflasche die bringt massig die macht fast komplett voll ja? geil ich hab die scheiße immer direkt gefressen ich hatte mal vier und dann bin ich verreckt oh 160 hunger macht die water bottle ja deswegen ich hab mir grad trockenfutter geholt hundefutter? canned foot ah hier ok ein kandierter fuß kandierter fuß hihihi 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 hihihi